Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder in Ace of Spades, mit mir dabei ist der liebe Patrick, der liebe Killerkeks und der liebe Cobot, alias der unglaubliche Onkel Dagobert. Ich war ja gerade außerhalb der Map. Ja, du bist auch außerhalb der Map. Also wir spielen hier gerade Ace of Spades in Zombie-Modus, auf einer abonnierten KT, keine Ahnung wie die heißt. Äh, irgendwas mit Panzer. Ah ja, ja. Hat man ja schon gesehen. Lup, was seid ihr denn jetzt? Äh, da ist ein Herz. Dein Ernst? Tschüss. Lalalalalalalala. Yay. Yeah. Ich war schlecht zu sehen. Alle, yay. Yeah. Oh. Feil. Eigentlich wollte ich bloß einen überlebenden bei Zombie-Modus einstellen. Alter. So. So. So und so und so. Nehme ich hier mal ein bisschen hin. Ey, darf ich kennen? Junge. Was ist denn los bei euch? Was ist denn los bei euch? Warte. Warte. Warte mal, warte mal, ich baue meine andere Sachen. Lass. Lass. Lass das. Lass das. Lass das. Wo geh ich hin? Sieht das sieht wunderschön aus. Hahaha. Aber ich kann auch was bauen. So ein wunderschönes Kreuz war. So, geht hoch. Los, wir schneiden wir ihn. Ey, was ist bei euch los? Weiß ich nicht. Betten nicht. Bitte nicht. Nein. Super. Oh, Bär, ich hab dich schon im Visier. Nein, hast du nicht. Nein, du triffst mich nicht. Alter, und der auch noch mit seinem Snapper schreit und Patrick auch noch hinterher. Mh, danke. Wir beide müssen zusammen überleben. Ey, Pisser. Ganz alleine. Helf mir mal. Kommt hier hoch, wo ich bin. Ganz alleine hier als, ähm, Zombie ist natürlich ziemlich schwer. Leid dir das jetzt oben, ist ja ziemlich geil. Ich komme, Patrick. Baut dir ein Haus. Ich Sniper. Ein Haus. Ein wunderschönes Haus. Ein pinkes Haus. Aha, Robert ist da. Nein. Okay. Wo bist du? Lass mich alle in Ruhe. Hast du einen Sniperstrahl an? Ja, hat er. Ja, hab ich. Warum? Weil es sonst unfair ist gegenüber den Zombies. Das muss ich hier wieder hochbauen. Als Zombie ist das Bauen ein bisschen eingeschränkt, finde ich. So. Ey, mach mir wieder so eine Double Cannon. So eine, so eine, so eine, warte, warte. Huah! Nein, nicht. Okay, wird abgebullert. Nein, werde ich nicht. Oh. Lass mich alle in Ruhe. Huah! 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 Alter, Killer Keks, ich hatte dich irgendwie zehnmal geschlagen, was ist bei dir los? Ich bin hochgeflogen. Huah! 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 Ja, bevor du hochgeflogen bist, hatte ich dich irgendwie zehnmal gekriegt. Huah! Ähm, ja, mach mal nochmal eine neue Double Cannon, weil... Ist ja egal, ist ja gut. So. Da, da oben drauf, ist voll skillhaft. Okay, wo? Da, Gott. Huah! Shit! Alter, man kommt da echt nicht mehr hoch. Apropos, ähm, da kann es ja wieder zu pflastern, hier. Bauen wir mal so eine lange Brücke nach vorne, zu dem pinken Tunnel. Okay. Sackle. Bitte. Von hier aus? Ja. Nein, wir machen das von dem ganzen Ding. Leute, passt auf, da kommt er! Oder? Unter uns ist er. Schon wieder. Nein, ich bin hier nicht. Huah! Ich komme jetzt raus! Huah! Huah! Aua! Das ist so... Alter! Okay. Okay, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Bau, 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 bau! Ich hab seinen Spawn gesichtet. Huah! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! Au! Alter, hast du mich noch bekommen? Gibt's doch gar nichts. Nein, hab ich nicht. Spaß! Was ist das denn? Baut er eine Mauer, der Idiot! Baut er eine Mauer, der Idiot! Komm, ich muss hier hoch. Ich komm hier gar nicht hoch. Aber baut zu dem Turm, damit er uns nicht abschießt! Ey, Killerkix! Zu dem Turm da! Zu dem pinken Turm! Damit er uns nicht einfach vorne abhacken kann. Verbind uns ganz viel. Mit der Blockkanone am besten. Ich mach noch so'n bisschen Schutz. Ach klar! Er ist unter uns! Er ist unter uns! Lass mich alle in Ruhe! Oh mein Gott! Lass mich in Ruhe! Scheiß Raketendinger! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Hallo! Du kleiner Spinner! Lass mich auch mal in Ruhe! Du rennst hier nicht rum! Mein Revier hier! Killerkix, wir haben schöne Pinge! Ja, die besten Pinge! Ja! Die EU-Best! Ja, nochmal! So, Kleister, 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 Kleister! Und was du da übrigens vorhast, da wieder hochzukommen. Würde ich dir nicht empfehlen. Weil da stehen jetzt ein Haufen gekleisterte Dinger. Gekleisterte Dinger! Kannst du mal kurz auffallen? Anti-Robia-Turk! Nee, 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 nee! Lalalalalala! Oh, das war übel knapp! Ja, das war, ich weiß! Ich war übel knapp! Was denn? Lalalalalalalala! Es gibt einen ganz knappen Zeitraum, wo du mich kriegen kannst. Am Kistending da. Lass mich doch! Jetzt muss ich als Zombie flüchten, ey! Das ist echt armselig! Life is life, bitch! Ihr solltet vor mir flüchten, ey! Alter, Alter! Wo ist er denn? Wo ist Robert? Jetzt ist er aus der Sichtweite! Da hinten! Mal rum! Ich bau jetzt hier meine Base! Ich seh's! Ey! Kann einer mal die Kisten hier hochholen, irgendwie? Soll ich's hochbauen? Ja! Weil ich hab gar nichts mehr! Da muss ich kurz husten! Äh! Eieiei! Triss mich nicht! Nein! Das seh ich grad gar nicht! Alter! Da unten ist er, der Kleine! Drei gegen ein und ich! Und ich muss euch schlagen! Das ist wirklich echt mies gemacht! Ich hab nur wirklich gar nichts mehr! Ne Waffe wär irgendwie praktisch! Als Zombie! Ja, das wär glaub ich so... Soll etwa ein Zombie so ne Infektionsknarre haben, oder was? Ja! Gute Idee! Das wär geil! Ach, Alter! Der hat mich sofort wieder im Visier auf seinem Tümmchen, ey! Und ich kann hier einfach nur hin- und... hersprengen! Kobold! Bau mir die mal bitte hier hoch! Ja, warum ich denn? Na, aber du weißt kannst! Du hast nur ne Blockkanne, oder? Ne, die hab ich nicht ausgerüstet! Ah! Dann versuch doch mal! Du kannst doch, guck mal! Da wo die jetzt... Ich! Da wo die jetzt sind, baust du einfach drüber! Ich mach's jetzt, okay! Ja! Ja, aber pass auf, Kind! Oh mein Gott! Kind, pass auf! Er ist irgendwo... Warte, er ist irgendwo! Bin ich gar nicht! Oh! Nein! Alter, er war direkt unter mir! Ja, ich hab's gesehen! Oh mein Gott! Alter, ich hab mich grad so gut angeschlichen! Ich war grad beschäftigt! Hat aber nicht so ganz geklappt! Das Problem war nur, ich hab die ganze Zeit darauf geachtet! Wer setzt diese scheiß Kanone hier hin? Das war ich, Junge! Alter, genau deswegen nicht! Killer Keks, wieso bist du weg? Äh, ich bin eigentlich noch da! Ne, du bist bei mir steckert, du hast die, äh... Nein, jetzt bin ich Zombie! Genau! Au! Immer kurz weg! Ja, du Idiot! Könntest du auch... Hä, ja, du stehst hinter mir! Kannst du mich nicht holen? Alter, ich fall hier immer wieder runter! Okay, Robert, ich gehör zu dir! Alles klar, ich bin schon in die Bernierer Base! Ja, du bist bei mir! Toll, danke! Ich fall auch nur drauf ein! Ja, okay, jetzt muss ich nur noch unten den Turm abbauen! Patrick, ich krieg dich nicht! Was ist da los? Geile Mucke! Alter! Alter! Was ist da los? Ich war die ganze Zeit hinter dir her, hab dich schon wieder tausendmal angeschlagen! Da passiert einfach nichts! Nein, der Trick ist, du musst immer die Tatsen einfach hämmern! Das erkennt er, obwohl es nicht ist! Mein Steam ist abgeschmiert! Echt jetzt? Oh, auch gut! Passiert oft! Ja, dann bist du halt eben nicht mehr dabei, ja! So schlimm ist das jetzt auch nicht! Wir werden schon überleben! Ja, ich werde es überleben hoffentlich! Die nächsten 6 Minuten! Mit meinen Zweifels, die ich noch habe! Ach, es ist kaum ein Update rausgekommen! Na dann! Was? Wieso? Alter, Kobalt, wir müssen zu zweit kommen! Wo bist du? Ja! Ja, ich! Ja! Ich guck mal, ob es LOL-Ding wieder geht! Geht es? Es geht! Warte, ich komme zu dir! Du bist in der Base! Ich komme! Was für ein LOL-Ding! Äh, komm mit! Wir gehen zusammen auf den! Die Sower war vorhin kaputt! Bist du oben? Kommt jetzt mal! Ich habe Langeweile! Und viel Schuss! Komm schnell! Wir kriegen den, ne? Aber ich habe wirklich gar nichts mehr! 10 Minuten noch! Wo bist du? Oh! Komm! Da! Los! Und beide ausweichen! Der ist ja in der Ecke! Ich muss nur eine halbe Stunde warten, bis ich eingeloggt bin! Warte! Wer ist da hinten? Das ist doch ganz schön cool! Alles klar! Ja! Ja!! Ja! Ja!!! Ja! Joach, freyn Tanz! T-t-t-t-t-t! T-t-t-t-t! T-t-t-t! Start mal! Hallo! Wartet auf mich! Nein! Robert! Robert, komm! Was machst du da? Bau dir einfach eine Treppe, ey. Blockern ohne Ja! Kinder, ey. Ihr seid auch kampfig. Einzig mit einer Blockern nur eine One-Hit. Ja, auch. Zählt ja auch als Waffe. Jetzt bau einer sofort die Kisten nach oben. Was für Kisten? Hier zum... Ich will gar nicht wissen, wer jetzt Zombie wird. Munitionskisten, wo sind die? Auf einmal. Okay. Ich möchte das jetzt zwar nicht in der Aufnahme sagen, aber es muss einfach raus. Das ist klar. Jetzt sind wir alle ganz ruhig und stellt euch so ein Horror-Szenario einfach vor. Als Wort. Du stehst so neben deinen besten Freund in Ace of Space in der Zombie-Mode. Ja. Und dann wird dein bester Freund auf einmal Zombie. Hammer. Und dann tötet er dich. Und dann reißt er dich. Ja, Patrick. Ja. Das ist das Allerschlimmste, was dir je passieren kann. Verstehe ich jetzt nicht. Nein, Robert. Nein. Bitte nicht. Fick dich. Okay, mein Ziel ist vollkommen im Arsch. Och, Mendo. Versuch's nochmal. Lass dir Zeit. Offline-Modus. Offline-Modus, um in den Online-Modus zu kommen. Ja, so eine Nachricht. Starten Sie jetzt den Offline-Modus, um in den Online-Modus zu kommen. Hallo. Fuck. Ich hasse Zombie-Mod, habe ich das schon mal erwähnt. Mhm. Die habe ich, glaube ich, noch nie. Nee, ist egal. Ironie zählt, oder? Ironie des Schicksals. Er hat zu standen, schau. Woppa. Die Verbindung zum Stil, das wäre nicht möglich. Auflämmer muss. Auch faktisch. Ach, man hat einfach nicht einzelne Blöcke, um sich irgendwie hochzubauen. Man muss immer improvisieren, und das mag ich nicht. Ich kann nicht. Oh fuck, schon wieder untergefallen. Hallo, Patrick. Hi. Wie geht's hier? Ich tue nichts. Achso, ja. Ich laufe nur hier rum. Ich tue nichts. Ist klar. Mario, ich bin Mario. Ich bin Mario. Meine ganzen Freunde sind gerade offline. Ah, ist klar. Ja, alle sind gerade offline, die mögen mich alle nicht. Du hast Freunde? Oh, was ist das? Geil. Du hast Freunde? Oh. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nein, wo bist du? Ich komme dich töten. Ich komme dich töten. Ey, das war sogar er. Machen wir anderen Modus? Alles klar. Und das... Und der andere nächste Modus kommt dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dahin sage ich ciao, ciao. Auch von Kobolds Seite, denke ich. Jo, jo. Es funktioniert wieder. Scheiße. In der nächsten Runde wird dann Killerkeks auch, denke ich mal, wieder mit dabei sein. Wir sehen uns. Bis dahin. Nochmal. Ciao, ciao.